Ich habe sehr viele gute Sachen gehört, auch weniger gute Sachen gehört. Ich glaube, die Mannschaft ist heiß drauf. Es ist ein besonderes Spiel für die Jungs, für die ganze Region. Und dementsprechend wollen wir das auch antreten. Wir wollen eine Art Wiedergutmachung machen vom letzten Wochenende und wollen uns da auf jeden Fall wieder als Mannschaft präsentieren und auch richtig dagegenhalten. Wir können total ohne Druck aufspielen. Natürlich darf es nicht passieren, dass sich eine Mannschaft wie gegen Köln präsentiert. Das war auch ein Stück weit der Hinrunde geschuldet, die nicht gut lief. Das war alles noch in den Köpfen der Jungs drin, dass in einem kleinen Rückschlag sofort alles auseinanderbricht. Und daran müssen wir arbeiten, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Man kann immer viel reden und so, aber am Ende müssen die Jungs es irgendwie hinkriegen, dass der Kopf frei ist. Mehr als positiv sein können wir nicht und versuchen, die Fehler zu zeigen, aber auch die guten Sachen zu zeigen. Und am Ende müssen die Jungs dann das auf dem Platz erledigen. – san eine Verheiratung vonetasji! Ơ – – – – Vielen Dank.